Hallo zusammen, heute bin ich auf dem Flugtag in Bülertan. Vielleicht mal eine Info zu meinen Jahren. Also wir sind mit dem Motorrad unterwegs, deshalb sehe ich immer so verschlubelt aus auf die Videos. Okay, ich mache ein kleines Video, dass man sieht, wer da war, wer geflogen ist und was los war. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Musik Das ist ein Schaden aufgerufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.